Du kannst doch, Stefan, keinen Vorwurf machen, wenn er eine Geliebte hat, die sich als meine Geliebte ausgibt, damit du nicht draufkommst, dass er eine Geliebte hat, während du eine Geliebte hast, der sich als ihr Geliebte ausgibt, damit er nicht draufkommt, dass du eine Geliebte hast, während seine eigene Geliebte die ganze Zeit so tut, als ob sie, oh Gott, was rede ich denn da? Ja, was redest du denn da? Weiß nicht, ich hab den Überblick über die Geliebten verloren. Wieso schreibst du meiner Frau tausend Küsse? Hallo? Hallo? Das ist die Autokorrektur. Nicht Küsse, Kurs, Kuri, ich muss nach der Frau. Nein, das kann ich machen, du sagst hier. Hallo, ich bin die Susi. Bitte? Asiatische Küche, das Catering und sie haben mich gebucht. Sie ist die Köchin. Ja. Gott, entschuldige Sie. Hallo. Du bist meine Köchin. Bitte? Ja. Ich bin die Köchin? Ja, sag mal, bist du völlig übergeschnappt? Ich meine, ich bin die Köchin. Aber bitte, bitte, bitte. Ich hätte mit Moam an Ananas-Sauvet gefolgt von Somtom und geeistem Glui-Watschi. Und ich soll das kochen? Ja! Ich kann aber nur Mikrowelle. Na, das wird's was. Das war gar nicht mal so schlecht. Das freut mich.